Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum nächsten Video, freut mich, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen, ich hoffe, ich kann sagen, gut, heute ein paar Bonus-Pays bei Handover Noobis. Ich bin gespannt, ob was das anfangen wir an. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Bei Handover Noobis habe ich in letzter Zeit, oder was, in letzter Zeit, in letzter Zeit habe ich nichts Geld gar nicht gespielt. Aber in der Vergangenheit ist das was besser. Mich öfters mal verarscht. Mich öfters verarscht. Mal gucken, ob er heute ein bisschen im Gönner-Modus ist. Wir werden sehen, wir wollen jetzt definitiv erstmal die grünen Kugeln. Und dann kann der Multi auch höher aufkommen, komm schon. Ja, zweite grüne Kugel, drei Freispiele dazu. Mehr Kugeln, wir brauchen mehr Kugeln. Na, Katze mal zwei, alles klar. Komm schon, wo sind die Kugeln, verdammt nochmal. So wird das nichts. So kommen wir nur langsam nach oben. 100 Euro, ein bisschen mehr als 100 Euro haben die gekostet. Fünf Spins, nur, ey bitte. Er macht schon wieder Müll. Ich sehe es doch jetzt schon wieder. Wo sind die verdammten Kugeln? Na, hier ein bisschen zurück. Er sieht mir ganz stark nach einem Halbierer aus. 60 Euro kriegen wir wieder, ich sage 60 Euro. Wenn überhaupt. Wo sind die verdammten Kugeln? Oh, der Multi da, auch weil sie treiben, ein 30er Multi, aber wir brauchen die grüne Kugel dafür. Letzter Spin. Schon. Nicht mal 60 Euro, so wie ich es vorher gesehen habe. Müll. Kann nicht sein. Den 200x Bonus. Den 200x Bonus. Ah, das ist doch wieder absoluter, mager Quack. Was habe ich dir das dort angetan? Was habe ich dir das dort angetan? Dass er jedes Mal so zu mir ist. Komm, 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 wir brauchen. Urmulti. 200x 160 Euro. Haben wir hier bezahlt für. Komm schon. Mach nochmal, mach. Das ist einfach Hexor. Natürlich. Der kann halt richtig, richtig gönnen oder halt richtig reinscheißen. Meistens das Zweite bei mir. Ja, okay, gut. Das ist schon mal vernünftig. Hier die rote Lava. Ich nenne einfach Lava Block. Komm, der wird bloß. Der wird bloß. Ich bin lieb. Hier ist jetzt auf jeden Fall schon mal besser als... Ja. Jetzt auf jeden Fall schon... Na gut, das war nur klein. Jetzt auf jeden Fall schon mal besser als eben die Freispiele. Komm, du, nicht schlapp. Oh, er macht schlapp. Er macht schlapp. Oh, ne, doch nicht. Ja, okay. Noch... Ja. Komm. Nochmal Lava Block da. Okay, okay, okay. Walze 1 müsste der mal kommen. Walze 1... Nee, okay. Walze 1 ist auf jeden Fall jetzt full. Da passt nichts mehr rein. Komm, weiter, weiter, weiter. Schade. Das ist doch wieder Minus. Aber in Akkoido. 146 ist... X reichen nicht für plus 116 Euro. Two. Na gut, was ist heute wieder los? Was ist heute wieder los? Die normalen Freispiele gefallen mir besser. Auch wenn beide nicht gegönnt haben. Ja, okay. Macht gar nichts. Ist gar kein Problem. Ich hätte heute lieber Minicall spielen sollen. Oder irgendwas anderes. Amina Koldung. Was geht hier ab? Letzt bin sein Urgroßvater. Junge. Ist das schlecht? Hä? Hallo? Letzter Spin. Alter, der will mich komplett verarschen. Kann das sein? Wo ist die grüne Kugel? Amina Zick. Ach, du heilige Scheiße, Alter. Bin ich sauer. Boah. Auf dem letzten Spin. Nochmal 3 Spin setzt dazu. Aber... Boah. Wir brauchen weitere grüne Kugeln. Grüne Kugel am besten auf 3. Aber... Irgendwo. Irgendwo. Ist das lächerlich. Ist das lächerlich sein Urgroßvater. Komm, König Kugel, König Kugel. Boah. Noch schlechter als der erste Bonus bei. Noch schlechter als der erste Bonus bei. Aber jetzt ist mir alles scheißegal. 500 war stark. Haben wir schon 2... 1... 1... Crazy. Ja, okay. Also Hand of Anubis auf jeden Fall Blacklist. Hand of Anubis Blacklist. Das dort hat er mir wirklich noch nie gegönnt. Noch nicht einmal plus. Nothing. Bisschen meckern vielleicht hört er auf uns. Jetzt aber mal noch weitere grüne Kugeln rein. Ja, einfach als Letzpin's. Oh, grüne Kugel, grüne Kugel, grüne Kugel. Hier wird doch schon wieder absolute Gülle. Kann er mehr als 2 grüne Kugeln bei mir schmeißen? Kann er nicht, gell? Kann er nicht. Kann er nicht. Aber ein Megawinz. Oh, okay. Jetzt. Einfach eine gute Connection. Deadspin über Deadspin. Deadspin über Deadspin. Ah, okay. Ich krieg's 90 mal immer hin. 2 Spins. Komm schon. Grüne Kugel noch oder eine gute Connection. Eins von beiden. Nein, er macht einfach wahrscheinlich gar nix draus. Ach, komm schon. Jetzt wurde das Potenzial mal ein bisschen vorhanden. Nichts macht das Schluss. 150 Euro. Jawohl. 47 Euro plus. Wir gehen eins höher. Kleines Plus ist besser als ein großes Minus. Aber wenn davor die Tricks. Bonus beiß. So reingeschissen haben. Da freue ich mich natürlich auch nicht über ein kleines. Aber jetzt könnte er ein 3-Euro-Bett. Junge. Das hätte er immer gönnen sollen bei den Multis. Ach du Scheiße. Und direkt noch eine grüne Kugel. Komm schon. Oh, mit so einem kleinen Multi schon wieder. Ja, ist klar. Die großen Bilder. Die kommen natürlich nur, wenn der Multi klein ist. Bei mir zumindest. Das ist das Problem. Komm schon. Mach einfach weiter. Ja, zweite grüne Kugel. Komm, jetzt kommen weiter, weiter Connections. Ah. Jetzt noch eine grüne Kugel auf 1 und auf 4. 4 und wir haben alle offen. Aber hatte ich noch nie. Ja, okay. Dann mach einfach nur noch Dead Spins. Okay. Okay, okay, okay. Aber die Multis, die sind mega klein. Die sind mega klein. Oh, komm schon. Jetzt ist der Multi schon mal besser. Und ich wette mit euch. Ne, ich sag's lieber nicht. Ich sag's lieber nicht, was ich jetzt vermute, was passiert. Komm. Komm, einfach ein schönes Bild jetzt rein. Das ist zu wenig. Oh, okay. Alles klar. Damit hab ich heute gar nicht gerechnet. Ey, das hatte ich noch nie. Potenzial brutal. Auch wenn... Hallo? Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein fucking scheiß Ernst. Ja, okay. Wie viele Dead Spins willst du mir geben? Ja. Wie viele Dead Spins? Ja. Einfach nur ja. Kann nicht wahr sein. Nochmal. Nochmal auf 80 Cent. Amener Keudum, alter Schwede. Jetzt war zweimal Potenzial wirklich gut. Und er macht einfach nicht weiter. Das ist das Problem. Dass er einfach nicht weiter macht. Schade. Schade, 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 schade. Okay. Und jetzt, weil er eben 5 grüne Kugeln kamen, kommt jetzt keine, oder was? Ja, kann man mal machen. 1,36. Scheiße. Ich hatte, er hat ja eben auch ein paar Euros plus gemacht. Dann macht man halt jetzt gar nichts draus. Ach, komm schon. Also, das ist so lächerlich. Ich kaufe nur einmal hier den auf 60 Cent. Den 4er Scatter Bonus. Ach, du Scheiße. Also, Hando war Nubis. Das ist ganz viel Müll. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Stort haltet. Also, bei mir auch so kurz vor knapp auf die Playlist. Mal gucken, vielleicht könnte er jetzt ein bisschen was bezweifeln. Aber ich bin lieb. Doch, ich bin lieb. Ich bin lieb. Komm schon, weit. Komm, komm, komm. Ja, nochmal 1. 11. Komm, multi höher und dann mehr Blöcke rein. Ja, nochmal 1. Gut. Ja, okay. Multi schon mal nicht schlecht für den Anfang, sag ich mal. Oh, weh, du machst den Schluss. Okay, Playlist. Das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Hando war Nubis. Alter, diesen Monat. Da kommen, glaube ich, sehr viele Storts auf die Playlist dazu. Cygnus 2. Hando war Nubis. Jetzt schon mal. Auf jeden Fall auf der Playlist. Bis zum nächsten Mal. Tu. So eine Schmutz. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao.